So, wir sind also nun fertig. Wir haben hier eine Schraube und da so ein Noppen und auf der anderen Seite das selbe Spiel. Moment, wo ist sie jetzt? Noppen und was muss jetzt in die Schraube? Da. Von vorne. Von links. Heck. Rechts. Oben. Unten. Und dann auch noch eine Schraube-Funktion. Et voilà. Damit wir sagen bis morgen.